Es beginnt mit einer Reise. Wo ist der Nino? Ich hab voll verpänt. Na, heute Nacht gezockt? Ja und? Bis ans Ende des Handynetzes. Das ist also die Eifel, der Arsch der Welt. Ich seh nur Bäume und null Empfang. Wo nur der Wald ein letztes Abenteuer bietet. Und was machen wir jetzt? Lass uns mal in den Wald gehen. Und dann? Mal sehen, wo wir dann rauskommen. Und die Freundschaft auf eine harte Probe gestellt werden. Wo geht's jetzt lang? Woher sind wir eigentlich gekommen? Ich hab keine Arme. Du guckst doch auch nur auf dein Scheiß-Handy. Einfach immer freie aus. Wer kam eigentlich auf die beschissenen Idee mit dem Wald? Schon vergessen, der die ganze Zeit gerade ausgehen wollte? Bleiben wir jetzt echt hier? Noch immer kein Netz. Und Akku ist gleich auch platt. Gibt's hier Tiere? Ja und Mörder. Was? Echt? Ich geh nicht weiter. Was soll der Scheiß? Das bringt doch nichts. Das ist alles deine Schuld. Dann bleib doch hier, du Penner. Oh nein, das machen wir. Er braucht Hilfe. Und jede Entscheidung, das Spiel, selten kann. Wir müssen uns trennen. Wir holen Hilfe. Hilfe. Ich bleib bei ihm. Bei Aldorf. Ich geh jetzt wieder durch. Okay. Leander? Leander! Wo bist du? Hilfe! Real Life. Viel krasser als jedes Game. phosphate. Echt? Damit noch mehr. Persön. AGAIN. Was? Frauen. eff obsession. Lara. Ich zweih. Ich strebe. Ich fand. 여ordhin. 魅 TRUhab. Ich spался einander. IchMs richtig wunderbar. Und bin dochной central.